Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Strafrechtsprofessor prangert Frühsexualisierung an. Der bekannte Strafrechtsprofessor Dr. Martin Kilias ist ständiger Gastprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität St. Gallen. In einem Kurzgutachten nahm er zu Unterrichtsmaterialien aus der Sexbox für Kindergärten und Primarschulen der Stadt Basel Stellung. Nach einer Übungsanleitung aus diesem Lehrmaterial soll ein Kind auf dem Boden liegen und mit einem Leintuch zugedeckt werden. Die anderen Kinder dürfen es nun an allen Körperteilen berühren und diese benennen. Wenn nun in einer solchen Übung die Geschlechtsteile bei Kindern ab vier Jahren berührt würden, so der Strafrechtsprofessor, wäre der strafrechtliche Fall der Nötigung zu einer sexuellen Handlung gegeben, vorausgesetzt die Lehrperson verlangt von den Kindern eine solche Handlung. In diesem Fall wäre die Lehrperson der Täter und nicht das berührende Kind. Weiter fragt sich Kilias, ob dieses trainierte Durchbrechen der Schamgefühle die Kinder nicht eher für sexuelle Übergriffe anfällig macht, anstatt sie durch Stärkung ihrer inneren Abwehrkräfte davor zu schützen. Dieses Gutachten von Prof. Kilias und seine Kommentierung unterstreichen die dringende Notwendigkeit, sich aktiv für den Schutz der Kinder vor der Frühsexualisierung einzusetzen. Dennoch kann der in den Schulen anrollenden Sexualisierungswelle Einhalt geboten werden. In der Schweiz wurde mit Erfolg die Initiative Schutz vor Sexualisierung in Kindergärten und Primarschulen eingereicht. Es kommt demnächst zur Volksabstimmung in der gesamten Schweiz. Die Initiative möchte durchsetzen, dass 1. Sexboxen oder Ähnliches in Kindergärten und den ersten zwei Primarklassen nicht eingesetzt werden dürfen. 2. Freiwilliger Sexualkundeunterricht mit dem Einverständnis der Eltern erst ab 9 Jahren möglich ist. 3. Obligatorischer Biologieunterricht über die menschliche Fortpflanzung und Entwicklung erst mit 12 Jahren erteilt werden darf. In Deutschland setzt sich der Verein Besorgte Eltern aktiv für den Schutz vor zunehmender Frühsexualisierung der Kinder ein. Mehr Infos dazu erhalten Sie auf www.besorgte-eltern.net Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es auch Ihnen ein Anliegen, die sensible Entwicklung der Kinder vor einer zu frühen Sexualisierung zu stoppen? Dann leiten Sie diese Sendung vor allem auch an alle Eltern und Lehrpersonen in Ihrem Bekanntenkreis weiter. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in den nachfolgend aufgeführten Sendungen. Mit einem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung verabschiede ich mich und wünsche einen sinnvollen, erholsamen Abend. flowne 2 � penny 2 2 4 4 3 4 4 5 6 5 me 5 6 6 Untertitelung des ZDF, 2020